so trinken ja wir waren bei sister die oma friede friede werden jetzt dinge tun zum beispiel das hier wenn wir jetzt noch probieren schwester friede ich langsam schlecht dann geht sie hat der fakt so weit ich nicht aber die nicht gesteckert war mein gott nicht ganz langsam weißt du wenn ich den mensch gerade ich glaube den können uns der knick in den kampf aber egal zu mir oder was also geht doch besser gucken wir uns noch mal annehmen und sammeln anfang war nicht gut ich habe jetzt also ich würde mal schätzen so zwei ist das wird schon verbrauchen und dann bei ihm einen oder so ich treibe zwölf stück für den zweiten könnte ich mir zumindest vorstellen ja das ist tot ist eigentlich da an so ein federn kleid also kein kleid aber wenn man es jetzt nennt umhang aus federn so ruhig ein eine und ihr auch oder 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 schon cool gemacht die meisten cutscene hätten so ruhig mehr von rein machen können für die story oder so also so nie hauptbestandteil von darksorts spielen so wird ja meistens im hintergrund bisschen erzählt dass sie das zukunft Ich habe immer etwas gestackert gehabt. Und dann geht es mir. wenn er da nicht weg scheiße scheiße an der richtung scheiße fokus verloren okay ist okay das weg dann kommen ja Brumbär scheiße ist er nicht scheiße guck mal her ist okay ist okay so wo ist sie wo liegt sie da liegt sie okay war zu früh ist sie sind Was ist das? Was ist das? scheiße what the fuck it's a miana Scheiße, scheiße. So, jetzt aber. Hm, ich krieg keinen. Scheiße. Kein Opening, gerade. Scheiße. Was könnte meine Chance sein? Ein bisschen nach da. Hä? Ah, sie war da. Gott dammit. Gott dammit. Gott dammit. Ah, ich hab bei ihr. Also bei denen angefangen am besten punishen. Oh Gott. Ich hab eigentlich das richtig gesehen, ich hab nur zu kurz gewartet. Gott dammit. Hätte mein Fight sein können. Der war nicht schlecht. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich wie den Anfang verkacken. So wie ich mich kenne. Fast. Fast. Er hat jetzt schon ne Menge Leben auf NG+. Kann man sagen. Ich bin ja nicht mal bei 7, wo es ja am Peak ist. Kann man das eigentlich blocken? Kann man das eigentlich blocken? Nee, ne? Okay. Wolltest du nochmal getestet haben? Okay. Jetzt aber. Hä? Na egal. Das ist meine Richtung. Ach, whatever. Also manchmal ist die echt. Echt weird. Die Sister. Und ich habyss dann. Verstehen sie rein. Das kann das sein? Ja, ich krieg den immer ab. Oh mein Gott. Das war mein Bild. Und ich hab irgendwo inbauen. Komm schon, ey. Schlecht, wie hieß das gerade? Ist da irgendwo hin? Aber jetzt so ein, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat echt Bomben mitnehmen, ne? Ja, schlecht. Na gut. Guck mal, ja. Oh, es ist ein Baby. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Magnet, als ich nicht verstehe, wie ich dich immer. Aber ich dachte, ich kriege ihn gestagert. Sehr schnell. Weil ich dachte, wo er so hoch ging, wäre er gestagert. Aber nein, er holte aus. Und das habe ich nicht gesehen. Warum stelle ich mich gerade so doof an? Ich hoffe, wir haben noch welche am Ende des Tages. Das ist aber ein Problem. Okay, das ist ein Problem. mann gut schmacken ehrlich hätte er so viel verwenden wie ich muss mal rüber Kann der mal rüberkommen? Nee? Ja. Ob der jetzt nicht rüberkommt. Schau mal den. Jetzt nochmal. Dann mach das natürlich. Da lang. Mit what? Das muss hier sein. What the fuck? Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Da hat's auf einmal Kombos rausgekommen wie sonst was! Ist klar! Also ich würde sagen, wenn wir das nicht in einer Stunde schaffen, dann kommen wir später noch wieder. Weil wir haben noch die Ring City! Können wir uns anfangen? Gucken! Wenn ich hier die ganze Zeit stocken! Alles klar! Alles klar! Ich glaube, kann man das sogar ausweichen? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen rollen, oder? Okay, gleich Voraussetzung geben! Okay. 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 What? 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 Was ist das denn gerade? Ja, ne? Einfach mal... Könnt ihr mich gut machen? Sein Bein reingehauen, ne? Was ist die? Gibt's die da hinten? Wahrscheinlich, ne? Ja. Du, Arsch, kann feiern mit dem See uns. Wo bin ich? Wir müssen, Arsch und Wunschfeln, weil wir alle gedacht haben, dass unsere Patriots ihren Kommen hat. Wieosens die Zeit immer immer hast... Was ist das? Was ist das? Werd du? Wir müssen uns, Arsch und Wundschfeln! also ich hab da keine ahnung sondern an dem sich direkt bildet aber dort schon will man natürlich nicht nur das wäre zu einfach nein ich beschwüre ich nicht erst zwei phasen easy peasy und dann nimmt mich die dritte aber komplett rektal ja oder ich hab grad einfach so einfach mal einfach mal fokus verlieren ach so ja jetzt mal zu mir kommen ich werde nicht mehr ich will nicht mehr keine ahnung ich suchte jetzt übrigens mal umzulaufen die sind scheiß da Ah. Nein. Was war das für eine Range? Den habe ich mir selbst verdient. Ja, schlecht von mir. In die Richtung. Habe ich mir auch selbst verdient. Wohin? Okay. Okay, okay, okay. Das war nicht komplett gut. Eine... Es ist mehr verbraucht, aber es ist okay noch. So. Vater. Ariandel. 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 Gib mir deinen Nerv. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Leck mich doch einfach fett, ey. Oh, okay. Okay, was ist schlecht? Range ist super schlecht eingeschätzt von mir. Okay, cool, cool, cool. Okay. 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 Kannst du... Eieieieieieiei Bisschen Scheiß Die letzten Atheke Fängt es nicht an damit? Oh Scheiße. Wo ist sie? Ja, war einmal sie dauern. Okay. Ach komm, leck mich doch weiter. Bisschen näher an ihr dran sein. Ach komm, leck mich doch einfach. Wir müssen uns sein, Ashen-One. Schreib uns alle von uns aus deiner Meinung, wie dein Kind immer hat. Alles klar, hab ich halt nicht gedrückt. Oh? Okay. Okay. Come around. Come around. Come around. Come around. Come around. Come around. So, und jetzt wieder zu dir. Ich weiß nicht. Irgendwas mache ich falsch, glaube ich, bei der dritten Phase. Irgendwas ein Trick oder so, das besser laufen kann, sollte, kriege ich nicht hin. Ah, mein Ringo könnte ich noch optimieren, ne? Idiot. Was könnte ich noch machen? Äh... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt aber Erstmal treffen lassen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zauber Der Kampf war nicht schlecht What? Um, toll? Um, toll! Okay. Sorry. Ich stehe so wenig für Achtung schenke. Ist der bald schlecht. Holy. Null. Außerhalb des Raumes. Das war so schlecht. Holy. Fuck. Fuck. Will the ashes of death a flame a lighter? Dark ash and fire with the sea of course. Wir müssen uns sein, Aschermann, so dass du uns alle von deinem Gehirn gedacht hast, wie dein Kind immer hat. Oh, vier Versuche. Oh, vier Versuche. Wie steht's? Unnötig. Zwei Treffer am Ende. Oh, vier Versuche. 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 Kann ich da verarschen? Was hat er gezählt? Natürlich! Sonst kommt er schon raus und jetzt? Ich hab keine Lust drauf. Wenn die Aschers of die, die Flamme erläutert, dann, Asch, und fight mit dem See of those. Ach, komm, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 What the... 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 Nein! Lass ich nochmal unsichtbar werden. Ich werde nochmal unsichtbar. Komm schon. Lass uns den Professionen zu sein. Schraub alle Gedanken, die sich in deinem Mind, als dein kinder All. weil da kam ich ganz gut raus ich weiß noch nicht bei den anderen sachen wo ich da genau an also und ich ganz genau wo ich dahin muss es wird schlecht okay wenn sie so hause dann kann ich auch noch mal klar konnte da muss ich mal was besseres überlegen so gedrückt will einfach nicht mehr zu gut da habe ich zu viel ausdauer benutzt das sind nicht klingen ich kann schon mal einnehmen so sind komplett probieren so 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 also so den langen ne ich bin kurz und er macht mehr damage nochmal damit ausstatten da kommt noch ein dreher kann man da hin 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 Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das ist noch richtig, noch in die andere Richtung. Da lang. Da weiter, also hier irgendwo. Ich bin gut. Eigentlich nicht, aber egal. Das war's für heute. Das war's für heute. Vorher level. Hab mich nur ne Stunde gekostet. Egal. Am Ende haben wir sie. Am Ende haben wir sie. Hab ich überhaupt genug? 540.000? Dann kommst du dich doch nicht. Sagst du dich doch nicht. Dann gehst du dich dann nicht. Und wir haben noch eine Frage. Ich komme hier auf 60 und dann ziehen wir erst mal die Realität nach oder so. Okay. Trümmer auf. Wir haben einen, ja, Alibi Boss oder so, der kein Boss ist so wirklich und drei harte Brocken. Wobei, der erste ist der leichteste, würde ich sagen. Wenn auch, äh, ich meine, hier gibt es nichts zu holen, ne? So wirklich. Ich will das haben. Okay. 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 Ist das schon? Nee, oder? Laserkarl, ey. Geh mal weg, Laserkarl. Du bist hier nicht willkommen. Wait. Ist es nicht weiter? Hier ist es nicht weiter. Ah, nee, man musste da runterspringen. Scheiße. Falsch gelaufen. Ja, ich habe mich einfach töten lassen. Jetzt kannst du mir gar nichts hier, äh, finster Geist und so. Das sieht nämlich aus. Hat irgendwie was. Das ist ein Hero, reingeflogen. Oh, da ging es runter, oder? Oh, da, nee, da, äh. Hier lang, ne? Ey, hier nicht. Verdammt, wo ging es denn lang? Wo ging es denn nochmal lang? Bin ich blind? Müssen wir uns da nochmal umgucken. Irgendwann ging es da lang. Ich weiß aber nicht mehr wo. Was macht da überhaupt der Ring? Plus drei irgendwas. Nee. Hartstahl, wenn hier, die will sich schaden. Steigen wir es auf jeden Fall weit. Und dann? Ich kenne es, das alles jetzt zu clearen. Lieber die Boss noch machen. Wenn wir ja keine Gruppe haben, müssen wir übrigens, äh, aufhören, dann müssen wir ein bisschen Farben. Ist ja auch nicht so problematisch. So, wo ging es denn jetzt weiter? Da ging es nicht weiter. Nee, da ging es nicht weiter. Kann es nicht weitergehen. Aber kommst du denn hier weiter? Ging es hier weiter? Da rechts, ne? Scheiße. Hier, ne? Ja. Hätte man mal früher sehen können, ne? Laserman, laserman. Oh, verdammt ihr. Da. Hi. Okay, ich nenne mich Michael, ne? Ich bin, äh, nicht namensaffin. Michael, äh, wird jetzt dein Name sein, ab sofort. Den Rest schaffe ich nicht. Ist ja der Rentner, alter. Wir müssen jetzt hier durchkommen. Hoffen, dass wir schnell zum nächsten Boss kommen. Da hab ich Bock auf den. Okay, war das jetzt nochmal? Oh, wir müssen jetzt hier... Oh, okay. Okay, 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 cool, 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 cool. Gibt's hier eigentlich einen Trickball? Wenn ich das da vermeide. Also permanente Rollen. Ich glaube, hier hoch ging's. Ich glaube, sag mal, hier waren diese... Es war auch nicht geil hier. Hier war doch irgendeine Herausforderung, oder? Oder Michael, geht auf. Krieg ich auch noch hin. Nein, die, die, nein. Die war fies. Ich hab doofe Feuerbülle geworfen. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Ich bin so schlecht gerade. Sister Frieda hat mich zu sehr geschlaugt. Kann man so schlecht sein in Dark Souls? Äh, äh, äh. Kann man... Nee. Alt-F4. Äh, das gibt's da nicht. Holy Moly war das schlecht. Äh, wer sich die ausgedacht hat, ne? Bei dem Dark Souls, äh, Team, ne? Der wird auch geschlagen. Absolut ekelhaft. Ich hab letztens, äh... Ich hab letztens, äh... Ich hab mir aber abends zum ein... Äh, äh... Einpennen. Äh, die ja... Ja, danke. Die alten Stargate... Staffeln an. Stargate Atlantis, sondern... Weil der Rage... Der Rage... Scheiße. Ich muss hier raus, ne? Außen lang. Aber ich weiß genau, beim letzten Mal... Wo wir hier durchgegangen sind... Waren die nicht so aggressiv? Die haben doch irgendwas in NG-Plus drangedreht, oder? Könnt ihr mir ja sagen, was ihr wollt. Die haben doch was drangedreht. Ich mein, der Safe-Ware wäre halt... Warte mal, war das nicht sowieso da lang? Wait a moment. Muss ich da mal bleiben? Oder muss ich da vorne hin? Für den Boss. Weiß ich gar nicht mehr. Wo ich lang musste? So. Wie kann ich den jetzt am besten... Nerven. Hm. war es denn hier lang oder war es da unten lang dass man was nachkommen dass da lang ganz ehrlich wir kriegen von der ich mich nicht ganz aber kriegen wir auch nur so ein zauber ich glaube wir müssen da hinten lang ich bin ziemlich sicher dass wir falsch sind so schnell durchlauf wir müssen nennen verdammt der axt laser laser kauf oder mussten wir hier drauf und dann da lang damit ich weiß es nicht mehr immer einmal links rum also diese engel ich habe gelesen in den patch notes also von vor weiß ich nicht wieviel jahren haben die die ja auch genürzt weil die so ätzend waren kann ich mir gut vorstellen kann ich mir echt gut vorstellen weil die sind echt nervig ich weiß okay ich weiß wieder wo dann da müssten wir doch da hoch wahrscheinlich wenn wir da oben sind 100 runterspringen dann kommen wir glaube ich zu so einem leuchtfeuer dann sind wir eigentlich schon da meine ich ziemlich sicher sagen zu können hoffe ich ich muss sagen dass das ring city dies ist schon schwer das ist schon schwer du mit deinen scheiß lasern die zeichen dort spättern dafür du mit deinen scheiß lasst du vergess immer wenn du den ton hörst und dann versuchen zu dodgen so einen nehmen hier lang ging es nicht oder ich glaube da lang so waren die nämlich eigentlich relativ leicht drum herum gehen hier sind das klumpen wir sparen uns dafür auf dann kann endlich da direkt mit blut oder ohne erst mal ohne erst mal ohne erst mal ohne erst mal probieren wie jetzt so ist let's go Geronimo und so weiter na Schatz dein kopf mir ich na ich an kann es aber schön knicken stimmt der hat er gewechselt dann ich glaube der der dämon der argonie oder dem unterhalb oder so ein bisschen weggehen ich glaube da nämlich wieder so eine animation ja Scheiße. Oh, nicht schlechter Damage. Ob man da was trennen kann. Ich nochmal Damage stecken. Okay. Cool. Zu langsam. Da hatte ich eigentlich gedrückt. Okay. 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 Gut. Fühlt sich gut an. Doch nicht so schlecht. Doch nicht so schlecht. Dieser Spieler. wo geht es lang das war befriedigend schön 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 sehr schön so machen level ab dann geht es weiter der nächste boss wird sehr sehr langweilig oder sehr sehr schwer aber ist halt glücks glückssache ob man es schafft oder nicht weil ich das richtig verstanden habe beschwert den spieler oder sind einfach ein npc und der ist relativ easy oder so ach keine ahnung der boss ist auf jeden fall ganz komisch ich bin sogar 55.000 seelen über und jetzt ist es einfach nichts oder nicht viel ist irgendwie lustig das optimalerweise schaffen wir heute geil oder müde und den alibi boss nächstes mal haben wir noch zwei große von uns im falle mit ihr oder äh geil was ist das hier eigentlich druck voraus verarsche egal und die letzte flamme oder wiederum hat der boss halt also wir schaffen alles dieses mal aber ich glaube nicht ich glaube nicht nachher traute vertraute bekannte ich habe auch schon ein bisschen den umriss von der ring city gesehen ziemlich cool also den felsen da ist schon cool kann man sich noch mal gönnen den anblick na dann auf geht's hier war dieser komische otto der diese komischen geister beschworen hat war hier was ich meine hier wäre genau hier war irgendwas war toll danke da vorne dann runter ich habe gerade die schwester in ich brauchte eine stunde eine stunde das ist der friede weil ich einfach schlecht bin einfach ein schlechter spieler okay wenn ich auf den sack das ist schön ich muss ja gerade rennen dem ist nämlich was böses ich habe gespeichert ich habe gespeichert sozusagen checkpoint junge bring mich da oben bring mich um ja komm komm kann ich springen ne bring mich um ja bring mich um das ist ein ganz toller bring mich um bring mich um komm komm danke wichser habt ihr es hier zuerst gehört latsos ist ein wichser diese leute versteht aber nicht kann man nur gefallen an sowas finden kann man nur ja hallo kannst du mal weg hin ja doch mal gließt bei dir heute so ich hätte ich hätte noch gesehen du hast tft und nicht gespielt oder so glaube ich ja die kriegen so so marken also die auch wollen irgendwie einlösen irgendwie so war das schluss der hat mich gespottet das habe ich gar nicht gemacht ne hat mich ein auftrag von ihr beim letzten mal schluss 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 spreche die deinem ah dann du bist vielleicht nicht so wie ich bin als shira ein ein der die 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 männlicher schrei so wir hatten heute zwei spiele mit äh ginger gemacht weil äh einfach weil und äh wenn du dir die spiele anguckst dann denkst du dir auch ey du willst einfach nicht mehr du willst einfach nicht mehr er wird so überlegt du bist eigentlich eigentlich müsste auch aus dem format machen eigentlich müsste auch sowas im format machen so die das mal als compilation die leute menti also wirklich ich habe jetzt sehr viele also wirklich also verhältnisse ziemlich viele ich glaube das waren 100 games wahrscheinlich 20 was schon ziemlich viel ist leute die menti gehen oder afk oder beides halt und da will mir right erzählen ich soll einfach mal gewinnen damit ich eine positive und nicht nur gar nicht nur gar nicht nur gar wie das so gehen soll und solche mit menschen hat tauch ja ok reißen sie sich zusammen haha daneben kurz die abkürzungen holen so viel zeit muss sein genau genau äh weißt du jetzt bei League oder bei Dark Souls bei Dark Souls bin ich in der Ring City gerade also im letzten DLC ja war schön überhaupt nicht knapp feuer speier nochmal bitte ouch äh den Nameless King habe ich schon gemacht ja ich habe nur die ich habe mal jetzt lustigerweise abfall ok dann habe ich mal den letzten Boss also die da die Flamme da habe ich mir aufgehoben weil ich habe lustigerweise soll die ja von den von den letzten Bossen sag ich mal oder Zusatzbossen die äh eigentlich relativ einfach seien wenn man es mal so vergleicht aber ich habe mich ja da weil das weiß ich ja noch habe ich ich habe mich ja unfassbar lange da aufgehalten und deswegen ich bin ja jetzt mal aufgehoben der wehklagende Ritter ist auf jeden Fall kein das ist ein äh für ein Spiel implementiert muss man nicht einfach nach oben laufen oder wie war das weiß ich gar nicht mehr wie wir dann nochmal ah ne irgendwo hier links rein ne links höher hier nicht oh ups hey wie seitdem habe ich schon gemacht ähm ja entweder ewig megae sozusagen letzte Flamme oder müde oder die letzte Flamme auf das werden wir gleich äh weiß ich nicht wenn wir hütteln sehen ich weiß nicht wie lange du noch da bist wenn wir es bis dahin schaffen kannst du einen aussuchen den wir zuerst probieren so mit dir war der Drache der mich komplett abgefuckt hat und Geil war halt der Ritter nö ein Partschweiß hab ich schon gebraucht aber ja also bis jetzt war der schwerste Fight ah ich habe vergessen ei 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 das da ja was war äh bis jetzt war der Schwestfahl als Sister Friede also Schwester Friede muss ich sagen hm weiß gar nicht wie ich da danach kam ich kein Überblick Och den hättest du mir auch mal schenken lassen ich gehe eigentlich jetzt hier direkt runter Nein ne ne okay ist hier dran blitzen der Stein ja ja du bist eingefallen ist mir egal ist hier hoch ist da irgendwo hoch hier sind wir wieder am anfang oder war das ich musste hier runter ich musste hier runter wo ging es denn auch weiter hier gegen mich mehr würde danke und das hier noch mal lang es da ging es nicht gerade verwirrt zum schluss also drache und also vorher ich bin komplett verwirrt da irgendwo weiter das verpasst da müssen wir den ritter schlagen ich verstehe noch bahnhof hier ging es auch nicht weiter oder muss doch darunter ging es weiter ich glaube darunter müssen wir einmal endlos verwirrt hier geht es dann noch mal rechts aber erst mal warten wir den feuerregen hier ab vor dem dude da ich weiß gar nicht mal müssen wir den auf der brücke besiegen damit wir den triggern unten ich glaube kannst du danke scheiß drachen ne 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 der ritter ist keine online spieler wenn die so wenn die so einen komischen namen haben quasi oder eben komplett rot ne ne ich glaube wenn die komplett rot sind dann sind das keine online spieler irgendwie sowas ich glaube hier sind wir richtig so war dann ja ich glaube ich glaube sind hier richtig da ging es hoch da müssen wir ja das habe ich gesucht genau das genau das ging es nämlich hoch und dann sind wir glaube ich gleich schon oben eine brücke ja perfekt ich sag ja das gedächtnis lässt manchmal von oder ich kann durchziehen ich kann durchziehen sie durch also nicht ich weiß gar nicht ob wir das machen müssten Okay. Oh. Ja, wir lassen ihn einfach mal stehen und gucken, ob er dann trotzdem da ist, ne? Ja, ich hätte den Drachen schon jetzt hassen. Die umringte Stadt. Du hast jetzt zweimal gespuckt. Jetzt spuckst du nicht, oder was? Ah. Okay. Was war der Hass jetzt auf einmal? Woher dieser Hass? Was? Diese Abgrundtiefe Hass, den ich da spüre. Was war das denn jetzt? Ah, ne, warte, 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 warte. Hä? Wait, war der nicht irgendwo hier? War ja nicht einer, oder war der draußen? Wait a minute. Oh, da kam der erst? Ich glaube, er kam erst, wenn wir der Zeit zurückgereist sind oder so, ne? Oder vorgereist? Scheiße. Nee. Wait. Ah, hier. Lol. Upsi dupsi. Geht's hier hin? Hoch. Kann's kurz gucken, was da oben ist? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich weiß es mal, hier müssen wir auf jeden Fall hin. Ach ja, stimmt, hier war das. Genau, genau, genau. Ja, ja, der Shortcut. Ach ja. Ja, der kann mich ja hinterher umbringen, ne? Ist ja der gleiche, den wir... Ist ja der Dark-Dieter-Midia. Wenn wir da reingehen würden. Aber erst mal geil. Nee, halt erst mal den komischen Alibi-Bus. Was? Also nicht den, sondern den anderen. Komm mal in der... Da hinten ist ja noch was. Hab ich das beim letzten Mal aufgehoben? Funkelt die damit? Naja. Gut. Hab ich den grad outsmarted? Outplayed? Outsunned? Out... Weiß ich nicht. Ist mir egal. Ich geh da jetzt rein. Waldpolizei. Ist der dümmste Boss ever. Guten Abend. Darksef. Das ist keine Triflungssache. Ich... Judicator Argo... ... werde mir Justiz... Spear of the Church. Sworn Defender of Princess Villainor. Ey, wer sich den ausgedacht hat, ne? Weiß ich aber auch nicht. So. Bist du leicht oder bist du schwer? Der Spieler der Challenge. Ein Spieler. Ich hasse diese Menschen. Kann er sich einfach hinstellen wie... Wie ein braver Mensch. Äh, ne hab ich noch nicht. Den... Das wird mein... Nemesis. Hab ich beim letzten Mal schon Probleme gehabt. Ähm... Ah... Ja. Danke. Wir werden jetzt erstmal... Danach... Geil probieren. Nein. Nein. Ich hasse diese Menschen. Welcher Mensch... Ist denn so ein Assi? Und spielt das auch noch? Und lässt mich nicht einfach durch? Weil ich jetzt richtig verstanden habe, ist nämlich der Boss? Entweder... Random was... Oder... Mitspieler. Oder nicht. Oder nicht. Oder wie war der Boss jetzt hier? Oder wie war der Boss jetzt hier? Ja... Ich hasse dich. Kannst mich doch mal. Nee... Der packt sich im Boss. Äh... Äh... Ich weiß... Genau... Äh... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ist ja jetzt hier... Ähm... Ich hab's davor ja das erste Mal gespielt. Und jetzt mach ich noch einen NG Plus Run und dann ist das Game für mich abgehakt. Auch wenn... Ich gelesen habe... Auf NG Plus 7 ist es wohl... An... An dem Peak. Aber ja... Nee... Einfach nein. Mir reicht das. Dann geht's erstmal bei Dragon Inquisition weiter. Und ich hab noch ein paar andere Spiele. Und Leak... Hab ich auch mal wieder Lust. Ein bisschen mehr... Zu streamen. Sag ich doch, das ist ein Spieler, ne? Der letzte... Beim letzten Mal war's nämlich so... Ein Spieler hat mich komplett fertig gemacht. Und... Ein Spieler hat sich abhängig und hat gesagt... Yo... Ich bin ein ganz schneller... Kehl mich kurz. Danke. Fand ich sehr sympathisch. Jaja... Ein Spieler ist das... Ich weiß nicht... Das ist der dümmste Boss. Glaub ich. Also... So ein richtiger... Er ist wie... Wie Jorm. So ein bisschen. So ein... Das hab ich auch nicht ganz verstanden. Sind wir in der Zukunft? Oder in der Vergangenheit dann? Wahrscheinlich in der Zukunft, oder? Wenn das Ding jetzt hier... Weiß ich nicht was macht... Vorspult, oder so. Jo... Meiner Meinung nach der coolste Boss. Geil. Ich mag geil. Weil bei Müdi ist eher so ein Kamerafrickelei wie beim Nameless in der ersten Phase. Aber ja, wir haben noch jetzt... Drei Bosse vor uns. Mal sehen ob... Da sind wir irgendwie in der Zukunft. Ich weiß aber nicht... Warum. Äh... Keine Ahnung. Ich glaube... Ich kann mal eben gucken. Wahrscheinlich 140 oder so. Glaube ich. Ich hab... Natürlich. Wie jeder Vernünftige das macht. Ähm... 140. Sehr viel in... 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 Kondition gesteckt. Ne... Kondition in Belastbarkeit. Damit ich natürlich Fashion Soul spielen kann. Hehehehe. Ja. Mal sehen. Achso. Halt. Komm mal nicht zurück. So. Puh. Ganz kurz noch mal. Mal sehen was bei Discord jetzt abgeht. Kurze Unterbrechung. Sorry. Ah ok. Ist nur... Ok. Ok. So. So. Ich könnte mal meine Camp wieder haben. Ich könnte mal meine Camp wieder haben. Hehehe. So. Ich bin mal länger ob ich mir einen Greenscreen hole. Aber ich hab mal geguckt ne. Die sind jetzt gerade arsch teuer. Ich hätte mal ähm... Ganz ehrlich. Vor Corona hat so ein... Da gab es so ein Fertigteil. Mega geil. Eigentlich für meine... Also für das wie ich es benutzen will. 50 Euro. Und jetzt kostet das Ding einfach 100. Da hab ich mir gedacht ne. Macht das eigentlich einen Unterschied hier den hier? Kann ich mir imaginar? Weil ich den Pharmag mit Hilfe muss kommen irgendwann nicht mehr? Nach demiono? Ohne mistige Seelen. Das ist so unlogisch. Das soll glaube ich der Vater sein. Aber wie Flialnore ist ja schon abgereckt. Wie kann der denn hier noch rumrennen? Und das nicht bemerken? Ist alles sehr, sehr weird. Kann wir ja lösen ihn. Willst du nur... Hilf mir. Bitte. Noch unsere Seelen ausgeben. Vor die weg sind. Und schütten uns was zu trinken an. Na? Aschen, du wirst einen Eidhaus. Sehr gut. Dann tritt die Schmerzen in mir. Geh Nahrung von diesen sovrücklichen Seelen. Diese... Zweideutige Andeutung haben wollten. Ähm... Können wir... Wie war das jetzt? 150.000, ne? Äh... Okay, 150.000. Kommen wir da drauf? Also die habe ich beim besten Willen nicht drauf. Ich mach die einfach mal auf. Also wie viele da drin sind. Vielleicht noch mal nicht. Ich bin gespannt, ob wir den heute noch schaffen. Also beim letzten Mal war es so... Weil... Schwester Friede... Habe ich ja... Äh... Aufgehört. Weil die Konzentration nachließ. Und wir sind jetzt auch wieder so ein Zeitpunkt. Wir haben schon 11 Uhr. Könnte problematisch werden. Sehr gut, dann tritt. So, es sind nur 151.000, ne? Weil ich sagen muss, eigentlich sind wir... Wenn man das jetzt mal rausnimmt, sind 15 Level eigentlich 135, wenn ich so... Ich glaube, das ist noch nicht mal so schwer hier. Es gibt ein paar Resistenzen, was natürlich einen Unterschied macht. Ah ja, im Endeffekt haben wir 15 Punkte gewastet. Würde ich fast schon behaupten. Aber ich glaube... Das ist gar nicht so viel, ne? Glaube ich. So, nochmal zurück zum Thema. Geil, mein bester Freund. Ich werde jetzt erstmal wahrscheinlich 20 Mal verrecken. Ha. Jetzt bin ich gelacht worden. Also, das wollte ich noch mal nachguckt haben, genau. Ich hätte auch einfach nicht drei Schwerte. Ich hätte einfach das Schwerte mal wechseln können. Dann hätte ich auch, äh, Gewicht gespart. Wie viel macht das eigentlich an Damage? Das macht 225 plus 208. Er ist minimal schwächer. Ist da nicht das Nodachi sowieso besser? Weil es einfach länger ist? Als das Schwarze? Ja, eher nicht so. Ah gut, Overmark, dass du mich beliebst. Ist da noch ein König? Da ist noch ein König. Es gibt mehrere Könige. Wieso sind in einer Stadt mehrere Könige? Oder sind die auf dem Königstreff gerade? Das ist übrigens der, der uns in die Schneewelt, äh, glaub ich, eingelassen hat. Händen sie über. Das Ding. Deine dunkle Seele. Für meine Frau. Okay, bin ready, bin ready. Cam ist an. Hoffe ich. Erstmal reinkommen. Erstmal wieder dieses Okay. 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 Ah! Autsch. Ah shit. Ich hab da jetzt spick gesehen, dass der zum Sprung angesetzt hat. So muss das, ne? Null Damage gegen unendlich viel. Er blutet. Ist das das Blut? Das Blut des dunkles Seuls. Gucken wir uns natürlich alles einmal an. Aber nächstes Mal wird's geskippt. Also wie gesagt, wenn ich meine Glut aufgebaut hab, dann ist sowieso Schluss für heute. Dann muss ich erstmal neue formen. Probier mal, ich glaub, das war dumm. Was? Nein, ich bin scheiße. Okay, okay. Ah stimmt, der hat wieder... Ei, 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 ei. Stimmt. Nein, 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 nein. Okay, okay. Ich hab glaub ich einigermaßen wieder drauf verdeckert. Okay, das war schlecht. Okay. Hä? Ich bin irgendwie in meinem Sister-Freedom-Modus. Ich könnte ihn interrumpen, aber das kann ich nicht. aus. Nur die Ja, macht der immer. Der hat ja drei Phasen. Also, der hat ja bei jedem Drittel des Lebens wieder eine Phase. Ja, war schlecht. Aber ich glaube, ich habe jetzt wieder einigermaßen drauf, was er hat. Und ich muss ihn mehr respektieren. Und nicht einfach reinschlagen, wie bei... Bei Sisterflügel konnten wir ja meistens sie in Phase 1 und teilweise auch in Phase 3 verinterrupten. Und... Jetzt müssen wir hier abgewöhnen. Maximal zwei Schläge. Scheiße, ich habe keine Lupe genommen. Können wir ihn noch einmal nachhinein nehmen? Geht das eigentlich? Geht das noch mal. Oh, Loll. Komm mal, nimm. Komm mal, nimm. Komm mal, sehr gut. Wuh. Burn. Das war's für heute. 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 So, muss man wieder hier hinkommen. Das war's für heute. 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 Genau. Das war's für heute. Na? Na ja. Auf innen dort, Geronimo! Mal wieder. Tja, doof gelaufen, Junge. Von 7, eh nett. Hä? Wolltest du mich nicht unterbrechen? Wie ich krassen Shit mache. Ich weiß, am Kopf tut's ihm besonders weh. River Damage, der Junge. Pfff. 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 Scheiße. Scheiße. Falsche Richtung. Pfff. Pfff. Ach komm, leck mich doch mit deinem Hör. Scheiße anstornen. Pfff. Leck mich doch Navi. Und ja, weck mich doch mit den Mal weg. Ja. Pfff. ...? Fast Fahrrad. Z. Und nein, der lag ich nicht dansen. BraSpot. Ah. Leck mich doch mit... Oh mein Gott, das war schlecht. Das war auch schlecht. Ich höre mich gerade super scheiße an. Okay, habe ich verdient. Nee, die Musik ist, ähm, ja, die geht, ne, bestimmt, wenn man so drüber nachdenkt, die geht, ne. Ja. Ah, war nicht gut, der, also, das war meine Schuld. Das war einfach nur schlecht gemacht, von mir. Wait, 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 da oben, oben ist kürzer, ne. Ja, mach mal gleich. Stimmt, oben, oben, wir können oben lang, da ist kürzer, da kommen wir direkt zum Fahrstuhl. Schlecht von mir. Der Weg hier ist länger, mach mal gleich. Dann, mach mal natürlich nicht gleich, weil ich jetzt natürlich first try legen werde. Äh, second try. Hey y'all, good night. Oh, Marc, Hohemack. Tututututut. Profi. Egal, ich wollte sowieso den anderen Weg nehmen. der muss das sein ich würde sagen ich habe mir jetzt noch also nicht bis 8 oder so noch 4 3 aber erstmal auf leute aber ich viel geschafft entwicklung plus aber so ist dann direkt beim nächsten mal gleich oben dann ist wahrscheinlich wieder mehr konzentration dann komm mal her noch mal ja 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 sagen fühlt sich trotzdem besser mit dem stück länger ist schon ein unterschied eine länge zählt bei diesem kampf das ist nicht leicht ist nicht leicht so komm schon kriegen wir da hin oder vielleicht mal sehen ja warte diesmal warten wir uns hier so komisch anhoppelt ja warum auch noch Oh, rummer, rummer. Okay. Ah, schlecht. Ah, der Trigger ab dann geht's. Ah, jetzt hab ich's gesehen. Jetzt hab ich's früh genug gesehen. Ah, der Trigger ab dann geht's. 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 Mhm. 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 Ja, der Trigger ab dann geht's. Ja, der Trigger ab dann geht's. Ja, der Trigger ab dann geht's. Oh, yeah. Friss das. Friss das. Friss das. Uh. Smooth, sag ich da nur. Smooth, der Junge. Ah. Ist es einfach, ne? Manchmal ist es ja einfach. Geil. Da bleibt noch, äh. Taurentos. Hm. Eine Menge. Eine Menge. So, jetzt wollen wir noch einmal der letzten Boss und dann ist glaube ich Schluss. Im Short. So. Haben wir noch? Haben wir nicht mehr, ne? Ach, scheiß drauf. Können wir ihnen noch was kaufen? Ja. Herkaufen? Ach du Scheiß, ich hab keine Ahnung mehr. Ah, mein ich hab keine Ahnung mehr. Ah, dunkel Drift. So viel Waffen jetzt haben sie? Hm. Egal. Wir kaufen einfach. Dinge davon. Ah, pfff, keine Ahnung. oder wo sind wir ausgerüstet so jetzt kann man aber jetzt kann man wieder da rufen der von ein zweimal und dann das was heute sein glaube ich es hat die grunde finale in extra session oder auch nicht halte bei den na dann Let's try Nö Ja Geh mir nicht auf den Nerv damit Scheiße Vielleicht Fühlt sich sehr schwach an, oder? Meinst du nur So ein bisschen Gimmick-Boss gerade Okay, was hast du da? Ach, deinen komischen Schwertanz, ne? Ach nee, geh mir weg damit Geh mir weg damit Kannst du bitte What? Also in welcher Welt? Nein Scheiße Oh mein Gott, war das schlecht Also wenn ich jetzt den irgendwie lege, dann habe ich es nicht verdient Ich stell mich ja grad richtig blöd an Lauuu Oh Also, come an Ja 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 Nicht zu viel treffen lassen von dem Magier, von der Magierform. Neutron. Neutron. Das ist denn grad von mir noch mega schlecht. Neutron. Neutron. Ach, was ist, Julian? Ich muss gerade hier Dinge tun. Zum Beispiel Leute umbringen. War bis jetzt ganz klar. Sagt er ja, im Verkackten. Ouch. What the fuck? Das war der Blitz, ne? Das war der Blitz, ne? Das war der Blitz, ne? Sagen wir mal. Den kann ich jetzt hier beschwören. Das war der Blitz, ne? Ja. Ja. Das war der Blitz, ne? Das war der Blitz, ne? Das war der Blitz. Das war der Blitz, ne? Das war der Blitz, ne? Das war der Blitz. Das war der Blitz, ne? Das war der Blitz. Das war der Blitz. Das war der Blitz. Das war der Blitz, ne? Die Blitz, ne? Das war der Blitz, ne? Das war der Blitz, ne? Ist die jetzt erschlagen? Machen wir natürlich nicht. Ashenwan, hörst du noch meine Sprache? Nö. Okay, Scherz. Ähm, bisschen ernst, dann ist das Ende. Dark Souls 3. Die dritte Reise einzustellen. Die Reise kann auch später anschreien. Dritte Reise beginnen? Nein. Sehr gut. Ja, damit sind wir durch. Mit Dark Souls. Ich werde das erstmal wahrscheinlich in der Ecke vergraben. Hat mich genug Frust gekostet, aber hat auch Spaß gemacht. Ich wollte nochmal den NG Plus runen. Ja, er ist einfacher. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn du in dieses NG Plus 7 kommst. Dann gehen wir weiter höher. Bis zu halt Plus 7. Ich glaube, da wird es dann interessant. Weil dann... Äh, mein Windows. Ähm. Über Sister Friede. Da war es halt einfach krass am Ende. Also ich meine... Sister Friede war, glaube ich, der schwerste Fall. Der coolste ist nochmal Gaier. Und ich glaube, manche anderen haben ja gesagt, Gaier ist... In den NG Plus Dingern... Also wenn man höher kommt, wird der noch schwerer. Wohl. Aber ich fand... Ich denke mal, weil der Damage einfach so... Ey, der Damage von ihm ist ja relativ hoch. Und dann kann er dich halt auch mal one-hitten. Deswegen gehe ich mal aus, dass das so ist. Weil ich finde... Die Movements... Also die Movementsets von ihm sind einfacher als die von Sister Friede. Das kommt mir aber nur... Joa, ne? Das ist mein Abschlussbrei. Wie gesagt, wir werden jetzt mal andere Spiele spielen. Aber hat Spaß gemacht mit Dark Souls. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist kein schlechtes Spiel. Kann man auf jeden Fall sagen... Story-mäßig ist halt ein bisschen... Äh? Vom Prinzip her ganz cool. Große Bosse hätten sie sich schenken können, weil... Sind wir ehrlich, die großen Bosse waren nicht gut wegen der Kamera. Weil die... Also gefühlt kann From Software keine Kamera. Weil die war einfach horrible. Der Fokus. Oder die müssen halt besser... Die großen Bosse einfach besser machen. Eins von beiden. Na gut, ne? Das von mir, ne? Dann sag ich schon mal... Tschüss und schönen Abend euch noch. Und danke, dass ihr dabei wart bei Dark Souls. Und dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Hassi Rasch tour redimy.